Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Fortnite, für mich zum x-ten Mal heute. Wir gucken mal, dass wir da hinkommen. Punkt ist gesetzt, wir starten jetzt los. Ja, wir müssen ein bisschen weiter fliegen. Dementsprechend, obwohl wir gehen erstmal viel runter, da sind diese zwei Häuser da, über meinem Kopf. Da wollen wir hin, da wollen wir hin. Und da starten wir jetzt natürlich auch hin. Ja, ein bisschen tiefer noch. So, das ist gut. Das sieht gut aus. Ich gehe davon aus, dass uns noch ein paar folgen werden. Ich sehe nur keine. Schön. So, es ist jetzt der für mich dritte Anlauf zu dieser Aufnahme. Direkt nach oben, direkt nach oben, direkt nach oben. Ich hasse das. Wie geht das sowas voll auf die Müsse? Ich weite jetzt, dass der reinkommt. Mann, 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 leck mich an den Füßen, ey. So. Damit wir endlich zum Bauen kommen. Oh, ich habe ja gar keine Materialien. Huh? So, machen wir einfach mal das da. So. Ja, wir müssen auch noch ein... Ich habe mich ganz voll vergessen. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz. Ja, das Holz reicht noch nicht mal. Ah, bin ich ein Kackbum heute. Aber das reicht jetzt. Die Treppe können wir danach kaputt machen. Dann haben wir wieder ein bisschen Materialien zum Mitnehmen. Okay, so. So, und damit ich besser hochkomme. Ich habe nämlich irgendwie Probleme, immer da hochzuspringen. Machen wir das so. Sieht schöner aus. So. Na, komm. Komm hoch. Die Salve nehmen wir uns nicht mit. Die nehmen wir uns aber mit. Oh, jawoll. Das muss ich doch schon mal... Äh... Was mache ich da? Das nehme ich mit. So, und das nehme ich mit. So. Und weil es so schön war, das nehme ich auch noch mit. Kurz gucken, hat der hier alles genommen? Der hat die Kiste noch nicht mal genommen. Der ist direkt auf Angriff übergegangen. Oh, ist das gut. Oh, komm. Ich bin so weit. Ich bin so dämlich da hoch... Ich bin so dämlich da hoch zu kommen. Willst du mich verarschen? Äh, das sieht gut aus. Nehmen wir mit. Erstmal nehmen wir das mit. So. So. Schwupp. Da sind's weg. Lack. Lass mich runter. So, ich schau mal ganz kurz auf der... Ach du Scheiß. Ähm. Ich versuch mal hier außen noch entlang zu... Obwohl, das ist absoluter Kack. Ich versuch... Ich geh mal hier hoch und geh dann mal da runter. Also so. Wir haben halt nicht mehr die meiste Zeit, da wir jetzt viel in dem Haus noch verbracht haben. Ah. Puh. Mann. Gut, es sind nur noch 45 Leute. Ich glaube, ich habe gerade was gehört. Abgesehen von diesem Wind. Der geht mir jetzt ab und zu echt auf den Nüsse. So, Markierung kommt weg. Die brauche ich irgendwie immer nur am Start. Danach brauche ich sie nicht mehr. Ähm. Und wir schauen jetzt... Äh, was haben wir jetzt hier noch? Können wir hier schon einen rumlatschen? Nein. Das sieht alles top aus. Alles super. So, jetzt müssten eigentlich die Leute halt nur noch unterwegs sein. Ich geh mal hier hinter den Stein. Und hier kann man erstens gut Ausschau halten. Nach vorne und einmal nur mal nach hinten gucken. Weil ich mag Bäume lieber. Auch wenn Bäume eigentlich behinderter sind, aber irgendwie mag ich die Bäume lieber. Ich versuche trotzdem mal so ein Stück vorzukommen. Ah, der ist auf jeden Fall im Haus drin. Okay. Wir müssen noch nach hinten achten. Nicht, dass von hinten noch irgendeiner kommt, den wir dann nicht bemerken. Aber der uns dann bemerkt. Sieht gut aus. Ich weiß, das, was ich jetzt eigentlich mache, ist absoluter Scheiß. Nein! Wie konnte ich da daneben zielen? 57 noch. Das ist natürlich nicht gut. Na gut, dann mache ich kurz einen Schnitt. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Ich hänge hier auf jeden Fall nur einen dran, weil eine, das ist doch ein bisschen wenig. Ja. Dementsprechend bis gleich. So, und da bin ich schon wieder. Und jetzt machen wir mal eine richtige Runde. Jetzt machen wir so einen halben Käse. Wir starten wieder hier. Oh, diesmal würde ich sagen... Boah, es ist eine Kack-Ecke. Direkt schon abspringen. Ich versuche noch da hinten hinzukommen. Gleich von da aus dann da rüber zu latschen. So. Ha, ha. Erstmal gucken, dass wir schnell genug unten sind. Ah, ich möchte da hinten hin. Obwohl. Ah, da fliegen schon welche hin. Das wäre nicht so gut. Ich hoffe, dass wir jetzt auch hier schnell genug unten sind, dass wir an die Waffen kommen. Das wäre sonst ziemlich Käse. Nur Munition, damit kann ich noch nicht so viel anfangen. Einmal kurz hier runter gucken. Hier ist auch nochmal Munition. Heute bin ich mal der Munitionssammler. So, wir gehen mal hoch. Ah, dann eine Waffe. Und dann auch keine schlechte, die ich irgendwie nicht aufgesammelt habe. Doch, hier habe ich aufgesammelt. Perfekt. Dann einmal rüber. Noch eine von der Sorte. Da ist auch keine Munitionskiste. Aber hier haben wir was. So, dann schauen wir mal ganz schnell nach. In welche Richtung ich laufe. Wir sind im Gebiet. Das ist gar nicht mal so übel. Aber das Gebiet ist kacke. Wir gucken mal, dass wir hier hinkommen. Das ist zwar, ich sag mal gefährlich. Da wird schon scharf geschossen da oben. Und wenn wir schießen, dann müssen wir da ran. Auch nicht schön. Hier ist noch keiner von denen. Das können wir noch looten. Wow, was für eine Huckelpiste. Zack. So, schnell hier rein. Das mitnehmen. Keller geben wir gleich. Wir gehen mal eben nach oben. Ja. Ich habe es heute auch mit Munition nur. Geht ja mal gar nicht. Wir haben ja nur Munition gesammelt bisher. Alter, willst du mich verarschen? Ohne Scheiß jetzt. Was geht hier ab? Es ist nur Munition. Was? Ich habe für alles mögliche Munition. Gut, für die Schrotze fehlt es halt ein bisschen. Aber sonst für alles mögliche. Ach man. Da oben wird auch scharf geschossen. Oh Gott, oh Gott. Ich will kurz ein bisschen Blick erhaschen. Da sind zwei. Ich versuche mal da hinzukommen. Ganz viel Glück schaffen wir es ja sogar ohne entdeckt zu werden. Genau, ganz hektisch hin und her gucken. So, auf dem Wagen ist auf jeden Fall schon mal nichts drauf hier. Oh, geil. Richtig geil. Ist das eigentlich ein Labyrinth oder ist das was? Sieht so ein bisschen nach einem Labyrinth aus. Können wir eine Runde spielen. So. Schauen wir mal nach. So. So. Genau. So. Du hältst mich nicht auf. Hier war ich noch nie. Hier ist aber schon gelohnt worden. Die Tür ist schon offen. Ich habe doch gerade noch was blaues hier rumfliegen sehen. Nicht, dass er jetzt gerade in der Zeit gelohnt worden ist, wo wir jetzt hier durchgelatscht sind. Das wäre ein bisschen schade. Aber können wir nichts machen. Ist halt so. Oh, lass mich vorbei. Schrotze brauche ich jetzt nicht, aber die Munition wäre gut. Dann können wir wieder raus. Sagen, wir checken mal hier den Außenbereich einmal ab. Wir sind hier nicht beim Minecraft. Die ganz chillig am Bauen, wird erstmal beschossen. Die baut chillig weiter, bleibt plötzlich erstmal stehen. Ach, gefundenes Fressen für einen Jäger wie mich. Der eigentlich nichts hinbekommt, der eigentlich nichts hinbekommt bis aufs Sterben. Ja. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Was ist heute mit der ganzen Munition los? Ich habe doch... Leute, ernsthaft. Nur weil ich viel daneben schieße, heißt das doch nicht, dass ich so viel brauche. Ach, Leute. So, die Zone ist gleich da. Und dementsprechend wird dann... Da ist der erste Luftballer. Der kommt da runter. Lass uns mal ganz kurz hier gucken, dass wir hier nicht erschossen werden. War ja vorhin ein sehr harter Kampf. Fight of the Year. Er hätte mich gewundert, wenn hier irgendwas noch wäre. Ach du Scheiße. In den... Okay, nur an den Rand des Waldes. Hm. Labyrinth dürfte eigentlich keiner mehr sein. Doch, da läuft nur einer. Da läuft nur einer. Wir gucken einfach mal. Vielleicht kriegen wir den ja. Ich hätte zwar was Besseres erhofft, aber besser als nix. Ich habe schon wieder eine Markierung gesetzt. Ich schlimmer Finger. Ich muss ab und zu nah da gucken, um zu gucken, ob wirklich die Aufnahme läuft. Weil ich traue heute dem Tag nicht. Da ist ein Luft... Okay. Da ist ein Ballon. Okay. Gucken wir mal. Ich bin jetzt mal einer von den Doofen, die da drauf zulatschen. Okay. Hehehe, es hat funktioniert Ich bin ein glücklicher Kackbun heute Ich weiß nicht, was ich mit dem Wort heute habe Aber ich habe mir heute wieder eine wunderschöne Folge reingezogen Wo das Wort drin vorkam Die Sendung möchte ich jetzt namentlich nicht nennen Boah, die ist einfach zu OP Alter Fick dich War das eng War das verfickt nochmal eng, alter Gut, wir müssen ein bisschen verstecken Na, ich spiele solche Waffen eigentlich nicht Dementsprechend hatte ich da jetzt gerade auch mit dem Schießen echt Probleme Habt man ja gesehen, aber Ohohoho Da liegt auch noch scheiße So, ich bin jetzt in einem sicheren Gebiet drin Und es sind noch 14 Personen Ich gehe lieber da hoch Schön am Rande Ich kann mich ja derzeit auch so ein bisschen außen vom Rand bewegen Shit Ja, nix besonders Okay Oh, ich muss da hin Ich muss da hin Was Alter, das Ding hat eine Reichweite, willst du mich verarschen Das ist mit der Runde davor schon passiert, ey Das Ding ist 10 Meter neben mir eingeschlagen Ich bin noch 15 Meter in die andere Richtung gelaufen Bin trotzdem gestorben Alter, ist das Ding am Abfuck Boah Naja, das war's mit der Runde Ich habe jetzt zwei Runde leider gespielt Also nicht leider, gut schon Aber leider waren die schnell zum Ende Und das ist ein richtiger Kackboden Naja, war heute irgendwie am Anfang eher nur Munitionssammeln Anstatt Waffen sammeln Und dementsprechend sage ich Ciao Bis zur nächsten Folge Oder bis zur nächsten Aufnahme Es dürfte ja heute Samstag sein Also sprich bis morgen, bis Sonntag Und dann, äh, ja Schreibt in die Kommentare Wenn ihr mal Sachen sehen wollt Wo ich mal hin soll Beispielsweise Tomato Town oder sowas Wenn ich da hin gehen sollte Schreibt das in die Kommentare Dann machen wir das Dann springe ich da für euch mal runter Und gehe direkt drauf Gut, und das war's von meiner Seite aus Macht das gut, Leute Ciao